Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Online Fitness Coaching. In diesem Video gehen wir kurz und prägnant darauf ein, worauf man beim Kauf eines Trinkrucksackes achten sollte. Unterm Video in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber sowie zu allen Produktempfehlungen. Hierzu gelangst du unter www.online-fitness-coaching.com Unser Tipp Nummer 1, worauf es beim Kauf eines Trinkrucksackes zu achten gilt, ist, auf jeden Fall auf die Ergonomie zu schauen. Ein Trinkrucksack sollte nicht scheuern und darf auf keinen Fall die Bewegungsfreiheit, den Bewegungsumfang einschränken. Tipp Nummer 2, auf die Funktionalität achten. Wo zum Beispiel ist der Schlauch am Rucksack befestigt, von wo wird getrunken, wie passt es einem am besten, ist man darauf angewiesen, dass der Rucksack auch vorne auf dem Brustkorb tragbar ist, sollte er genau dafür gemacht sein, ist es auf dem Rücken besser, sich darüber vorher Gedanken machen und informieren, hilft auf alle Fälle bei der Auswahl. Tipp Nummer 3, achtet auf jeden Fall auf das Fassungsvermögen des Trinkrucksackes. Hier sind auf dem Markt die verschiedensten, unterschiedlichsten Modelle zu finden, von wenigen Litern bis hin zu mehreren Litern. Je nach Tour, die geplant ist, je nach Sportart, sind hier verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen. Unser Tipp Nummer 4, achtet auf das Material und die Verarbeitung. Zum Beispiel ist das Material wasserabweisend oder auch wie schwer ist der Rucksack an sich, also wie viel Eigengewicht bringt der Rucksack schon mit und ist mir das vielleicht schon zu viel oder kann ich das verkraften. Und Tipp Nummer 5, achtet auf jeden Fall auf die Bequemlichkeit, auf den guten Sitz. Ein Trinkrucksack sollte ganz nah am Körper sitzen können, sollte den Körper zusätzlich kaum belasten und darf auf keinen Fall sich mit der Bewegung, die man ausführt, zum Beispiel beim Laufen, die Hoch- und Runterbewegung mitbewegen. Viele weitere Infos zum Thema, worauf sollte oder muss ich auch achten, wenn ich einen Trinkrucksack kaufe, findest du auf unserer Website. Den Link hierzu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Wenn dich das Thema interessiert und dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da, wir würden uns sehr freuen und ich wünsche ganz viel Spaß beim Sport machen und trainieren.